doch wir sind mal zum küsten kaff meiner wenigkeit und cedric konnichiwa und wir starten doch der marie oder was auch immer war noch nicht bereit aber scheiß drauf kommt nach oder lässt bleibt bleiben ich habe so oft wie noch ein bisschen weitergezockt macht jetzt aber keinen unterschied denn die waffen muss man sich kaufen und naja zeitlich begrenzte waffen zu kaufen finde ich schwachsinnig ehrlich gesagt ja die kannst du übrigens kaufen das wollte ich jetzt noch nicht vor vorher sagen wie kann man kaufen 15.000 coins muss da glaube ich hin blättern und kriegst dafür zehn stück es ist schon mal fairer als wie bei es wort dass du da einfach mal geld auf landen musst damit du überhaupt wieder leben hast hier kannst du das mit coins die du halt per mission für die nutzen dafür der preis ist eigentlich auch recht okay an den annehmen war naja da bräuchte ich ja noch 5000 habe ich ja 30 30 leben ich würde aber nicht alles darauf ja ich sag es nur ja ich meine ich soll jetzt mal losgehen ich habe doch schon einen start gemacht also irgendwie irgendwas hier mal will ja nicht das ist doch ja das scheißt das spiel drauf ob jetzt alle ready sind oder nicht entweder du kommst danach oder du lässt es wenn du danach kommst musst du glaube ich ein leben opfern dafür damit du mitspielen kannst ja bei mir hat es gerade schön weißen screen gemacht ach naja solange die aufnahmen noch läuft naja mit weißen bildschirm ach das ist der kapp wo wir letzt mal waren ja ja so headshots zählen natürlich mehr und exekutionen kannst du auch machen also wenn leute noch kriechen kriegst nochmal extra punkte wenn du sie exekutiert das heißt du gehst einfach hin wenn die griechen also die gegner selbstverständlich und drückst e dann schlägst in die fresse ein oder schlägst auf dem nacken oder sowas und dafür kriegst du nochmal punkte ja ja weiß ich weiß ich tue sie ja immer so erwischen dass sie den salto schlagen da war weg alles klar schnell mal hin ich bin nicht letzter ja also irgendwie bei mir kommen immer so wenig also ich habe in letzter Zeit echt pech ich komme angerannt ja alles schon weg ah super ist lustig was ich auch finde ich bin jetzt in deine gilde beigedreht und es steht nicht da hä rekrutionsfahrt 5 von 100 hä äh warum steht es nicht da also vielleicht weil du erst neu äh ein locken musst also nicht ein locken aber halt ein nächstes mal wenn du ein spiel öffnest oder sowas hat er noch nicht aktualisiert so da schießt irgendjemand wie ein verrückter mit einer schrotflinte rum ne ich schieße hier granaten rum alles klar denkst du aber kannst dich glaube ich auch selber sprengen ist doch schön oder andere Teammitglieder ich weiß es auch gerade ach ne boah so ein hund ganz ehrlich jetzt war übrigens die Chance äh den liegenden zu kriechenden äh zu exekutieren hast du tot geschossen dafür gibt es wirklich keine Punkte wenn du sie tot schießt ach vorsicht hinter dir ja das war's ach komm lad mal schneller nach ehrlich ich auch da ist schon jemand abgereckt nein was tust du du stürzt wohin wo wer was du du ich habe die meisten das ist so wie du hier auch mit deiner munition umgehst hast du bald nichts mehr und dann kommen sie und penetrieren ich habe noch 30 und 60 also ich habe noch ja ich habe 388 ich habe noch einen gut jetzt habe ich wieder 500 voll 587 ja ganz ruhig du willst dich doch jetzt nicht selber sprengen oder sowas ich weiß doch gar nicht naja aber du schießt hier rum wie ein Irrer ist doch kurz doch hält sich das Spiel macht echt Spaß Kannst dich auch beerdigen lassen So und tschüss Bei den Kriechviechern ist das schwer den Kopf zu treffen Zielst du auf den Kopf, aber triffst du nie den Kopf Ach du Scheiße Komm, verpiss dich Exekutieren wir dich mal kurz Zack, auf den Rücken getreten So, du kriegst eine Kugel in den Kopf Headshot Da steht die mal auf dem Dach Ist alles eine Einteilungssache, dann läuft das alles gut Ich hab 344 Muni, reicht auf jeden Fall Was hat der denn da oben gemacht? Äh, klar Oh, ein großer Kopf Wegbarer Ja, klar war Er ist nicht los Also Ey, wo ist... Ey, aussteigend hast du das Zeug Blut Ey, hätte ich... Komm, leg dich schlafen So, alles klar Oh, Headshot Das hätte man sehen müssen Das war nice Ich komm um die Ecke Steht da vor mir eine Gusche Ich schiebe ihn so die Fresse weg Irgendwie ist du jetzt schon hier bei mir keine Sau Das Kotz so richtig er hat, dass du jetzt stundenlange rennen musst, damit du irgendwelche Gegner findest ey Was sind die auch für seine Fünfe Headshot Das kann ich sein, dass ich vier Stück hab Ich hab sieben Ich hab mindestens acht weggeknallt Es sei denn, dass hat wieder jemand nen Killsteal gemacht Ist ja schon wieder Standard hier Ich finde das müssen sie unbedingt noch beheben Wer zuerst da geschossen hat und drauf hält, der sollte auch die Punkte kriegen Das ist total abartig Also schießt du schon seit dem jüngsten Gericht drauf, ja? Und der andere gibt es Punkte Ach, Drecksack Jo, willkommen Sie haben Post Sie haben Post Wow, ach so Dreh dich mal um Ja Verdammt Oh Muli, verdammt Jetzt Jetzt geht's los Halt Wie die sich auf dem Dach tummeln ey, ganz ehrlich Ich finde auch acht sind zu viel für diese Map Was? Versuch nicht, versuch nicht Dein Englisch ist so schlecht Alle sauber werden sich jetzt wahrscheinlich kaputt lassen Deswegen ja Na ja Ey, siehst du sechs Stück? Fünf Ey, wieso bin ich höher als du? Ist krass Ja, Schwenkchen Ich bin echt krass Ich bin echt krass Immerhin ich kann's wenigstens Ja, jesau Das kann jeden Sau wortwörtlich Echt jetzt? Ja Ach ja, exekutieren wir dich mal. Oh, oh, scheiße. Fett Kloß. Headshot. Oh, 304 Punkte dafür. Nein, er verfolgt mich. Die Drecksauf. Ja, komm, mach nieder. Geht doch. Aua. So. Ausfetter. Sack. Aua. So minimal. Das ging doch kein Wunder. Wollte Hilfe. Ja, kann ich dir helfen. Ich habe mich nicht. Der konnte auf einmal immer alleine auf Achse heben. Ich meine, gut. Ich habe ja schon Training. Paz. Ich komme ja schon, ich komme ja schon. Renne. Mach ich doch. Komm zu mir. Schieß nach hinten. Ich gehe doch. Out of Memo, okay, es kostet schon. Out of Memory wollte, habe ich gerade gedacht. Ich weiß nicht. Ach. Agro-Gamer-Wtf. Los. Vorstürmen. Fängt man immer bei irgendjemanden anderen zu bleiben. Wenn du alleine bist, bist du halt... Ich habe ja eigentlich kein Problem, aber... Wow, gefundenes Rissen. Zack. Es sei denn, du hast so'n... Wow, noch so'n Piss. Alles klar. Achso. Ich schieße schon meine eigenen Team-Mitglieder an. Tja. Achso. Abgekehrt, ja. Boah, voll in die rüber. Voll in die rüber schon. Ey, ich habe jemanden gerochen, wo ich es nie gesehen habe. Krass. Fettzack. Ich spür. Und du bist auch hinüber. Und tschüss. Okay, ich spür mir mal, äh, äh, Feuerwehr. Aber es ging halt davon. Alles klar. Und weggegockelt. Jetzt ist es gut. So, noch zwei. Alles klar. Wow, Alter, acht Stück. Jetzt hatte ich meinen Lauf. Jetzt, wenn ich die sehe, und die kommen alle so reihenweise an, dann sind sie auch tot. Aber wenn ich jetzt wieder so richtig perfekten Pech habe, ja, und keine Sau da ist, was nicht da ist, kann ich nicht totschießen. Das ist einfach leider so. Oh, oh. Herzock. Ah ja, schön weg bist du, nur in den Atten. Alles klar, hier ist noch ein Digger. Yo, Headshot. Da hinten sind wie viele. Ah, komm her. Ja. Das war's mit hier. Ah, verdammt. Er ist da jetzt gerade rein in den Rand. Oh, weg bist du Headshot. Oh, da hinten sind hier welche. Oh, da hinten ist hier ein Digger. Oh, zwei Dicke. Jetzt geht's ab. Oh, drei Stück auf einen Schlaufen, ey. Heiliger Scheiß. Oh, vier. Vier, fünf. Fünf Dicke. Komm her, schon. Scheiße, ich bin am Boden. Schöne Welt, ich verlasse dich. Das waren einfach zu viele. Die haben mich schon singelt. Vor allem sind die immer schön hier um mich herum gespawnt, ne? So schön nett. Freundlich. So. Jetzt haben wir einen. Dreckssäcke. Ha, 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 ja. So sieht's aus. Oh mein Goooah. Spastikus ist gestorben. Oh mein Gott, Spastikus. Er war noch so jung. Alles klar. Siehst du, jetzt hab ich auch vier und ich bin über dir. Obwohl du auch vier hast. Es geht um die Punktsäcke. Ja, ja. Good job, Team. Ich hab null Tokens, Alter, WTF. Dumm gelaufen, ne? Ich bin aber nie gestorben. Die laden sich nicht auf. Von gestern. Mission komplett. Jetzt hab ich einen Token wieder. Den ich gerade, äh, unfairerweise verloren habe, hab ich jetzt wiederbekommen. Du wurdest befördert zum Dienstgrad, was? Vorrats-assi. Ja, okay. Vorrats-assi. Ich würde jetzt mal den Max Söldner runtersetzen. Was? Äh, C-Rating. Bonus unverändert. Du. Was? Ich würde jetzt mal den, äh, Max Söldner runtersetzen. Ich guck gerade, warte. Ähm. Platz oben. Äh, links. Ja, kann ich aber nicht ändern dran. Alles andere kann ich verändern, nur die Max Söldner anzuhören. Wobei, ich mach nochmal einen neuen Raum. Ne, das ist vorgegeben, 6 bis 8. Echt? Ja. Ich würde sagen, eine Küstenkraft war ja ein bisschen interessant irgendwo. Wobei, wir können ja auch mal was anderes machen. Ähm. Sturmangriff, das wär's doch. Sturmangriff, das wär's doch. Ja. Ich hab's doch gesagt, Sturmangriff. Ja, ich hab's doch gesagt, Sturmangriff. Du wär's doch besser gewesen. Da hast du sowas wie, ähm. Kann man ja alles noch machen. Ja, Junge, jetzt. Mach doch mal. So. Wie sie alle reinkommen, Alter. Logisch. Guck mal, ob mein Avatar ist. Jetzt kommen sie alle. Und die noch wieder. Geh mal auf meinen Namen und da ist ein Bosskill drin. Das ist nämlich die von der, äh, von der vergessen, verlorenen Stadt irgendwo so. Hm. Da, wo wir gestern abgereckt sind ohne Ende. Das ist ja warm hier, ey, Leute. Ganz ehrlich. Ich will jetzt nicht wissen. Das ist schon immer feierlich. Ich will jetzt nicht wissen, wie du da sitzt. Drecksommer, ey. Am besten ist so Frühling, Herbst, weißt du? Nicht zu kalt, nicht zu warm. Ja, hab ich auch schon vorgeschlagen. Ja, wobei, ganz ehrlich, ich kann auf Sommer komplett verzichten. Winter kann man ja noch überleben, ja. Gegen, gegen Kälte, kann du besser was machen, als gegen, äh, übertriebene Hitze. Und deswegen ist man dann hygienischer, wenn's kalt ist. Man schwitzt nicht so wie ein Bär. Lude kommt drauf an, wie man sich kleidet, aber... Wir gehen mal davon aus, dass es reicht mit der Wärme und dass man nicht übertreibt. So, alle klar. Ähm... Jo... Oh, du kriegst ein... First Blood, das sieht man auch gerne. Das hatte ich immer. Keine Ahnung, warum. Ob ich einfach so aggressiv rangehe oder sonst noch was? Keine Ahnung, immer steht bei mir. First Blood. Ich eröffne immer das Feuer. Oh, ja. Kannst nicht mehr, ding. Verdammt. Jo, Panzerfaust. Hö, hö. Ah, gut. He, 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 he. Oh, ey. Soll es auch fassen, wo du damit hinkriegst. Warum? Soll ich uns, glaub ich, damit auch treffen. Nö. Ja, weiß ich ja nicht. Ich habe auch gut wegen dir ein Leben. Ich wegen dir ein Leben verliere, mein Herr. Ich werd mich nicht respawnen. Da verwende ich es lieber für, äh, so für Sturm-Einsätze. Oh, komm, komm, leg dich hin. Was ist er denn? Hier oder? Hey yo, Exekution, zack, ja kannst du schießen wieviel du willst, jetzt wird der Clan angezeigt. Jo, zeig ich doch, erst wenn du einen neuen Raumursort erstellst. Nicht wieder! Rennt, vor der Runner. Ja klar, aber in dicken Verstecken. Ich nehme das! Ich nehme das! Oh, so ein Sniper-Fritzi ey. Ja, ich bin wieder ganz oben! Ups. Ah, mit zwei kannst du abwerfen. Alter, wofür grillst du dir? Ja, ich will grillflash machen. Ja, bringt ja. Mir egal. Wenn du genauso unüberlegt ran gehst, wirst du nicht lange leben in solchen Sturm einsetzen. Bis jetzt habe ich immer überlegt. Nicht wirklich, du hast ja null Tokens. Du hattest am Anfang zehn. Das heißt, du wirst schon zehnmal abgereckt. Ich bin gespannt, wie viel ich bei so einem Sturm einsatz machen wirst. Ich gehe doch durch und fertig. Ist klar. Entschuldigung. Scheiß-Karte-Säure. Das will ich sehen. Wenn du nach vorne rennst, bist du Hackfleisch. Das sage ich dir sofort. Du bist Hackfleisch. Da ist mindestens 20 Schwänze auf einmal in dir. Kannst du mir so. Der Schweizer Käse neu definiert worden. Nein! Ich binstrege nicht. Nee, das Ich bin also ganz klemm Comic. NICH clad! Ich werde deine Omi anrufen, da war ein tapferer Mann auf dem Schlachtfeld gestorben. Deine Omi kann stolz auf dich sein. Kannst dir aber kaufen, im Laden. Oh, stirb Junge. Oh komm, verpiss dich, Headshot. Headshot. Da kriegt noch einer. Eigentlich würde ich ihn gerade exekutieren. Was kannst du jetzt in deinem ganzen Spiel beobachten? Ich weiß es nicht, guck. Woher wusstest du denn, dass einer gefießt? Hä? Wegen neuer Runde bist du hier da. Erstmal, dass ich gestorben bin. Hä? Insgesamt? Ja, jetzt hier, in der Runde. Ja, ja, wollt schon sagen. In der Runde bin ich noch nicht gestorben. Alle klar. So, Fettsack, ich stirb. Wie dienen mir alle die Kids? Stealing aided nervvoll. Komm. Wunderbar. Das ist jetzt eigentlich euer Auftrag. Da mal ein bisschen mit. Ah, ja. Ruffy hat sich bereit erklärt, den abzulenken. Da bin ich eigentlich der Abwinker. Ja, komm. Snipern kannst du zuhause, aber nicht hier. Beziehungsweise jetzt gar nicht mehr. Ja. Ja, Headshot. Ja, so sieht's aus. Ganz oben. Da, wo ich hingehöre. Du kannst unten, ey. Du hast grad mal 4, also bitte. Ja. Da, nimm. Ich hab immerhin einen Charlie Harper. Und was sagst du? Ich hab einen Cedric. Oh, so ein Drecksack. Ja, weg bist du da. Ja, und du kriegst ein Headshot. Und du, Saftsack, kannst jetzt auch einen packen. Oh, ein Drecksack. Ja, wer hab einen Treck? Oh... Joooo... Oh... Zack, Headshot. Schwerer Schaden. Hab Medaille erhalten. Hab ich schon. Hab ich vorhin schon. Ich hab die schon so oft. Die werden übrigens dann gezeigt, wie oft du die Medaillen gewonnen hast. BAM! Alter, weg war der Pisser. Hat's eingepackt. Und du hast keinen Schaden genommen mit meiner Panzerfaust. Du hast mich ja nicht mal erreicht. Vorsicht! Yo, eiskalt. Ja, komm. Kann's einpacken. Ja. Jawoll, so sieht's aus. So was will man sehen. Was, nur ein Kill? Einen einzigen? Also das hab ich bis jetzt in meine Laufbahn noch nicht gebracht. Also mein Minimum war glaub ich zwei. Ja, wenn mir alle die Kills klauen, dann wie soll ich denn da Punkte bauen? Na eben. Das ist ja auch immer mein Problem. Ah, so ein Drecksficker. Ja komm, pack ein. Kannst genau sehen. Und du da hinten auch. Ich denkste, ich hab nie gesehen oder was? Okay, ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe. Ich komm, warte, 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 warte. Oh, ey, der Lappen. Immer auf den Arm ziehen. Wenn du von vorne hast. Zack, weg ist er. Da drin ist noch einer. Vorsicht. Zack, Headshot. Links. Äh, rechts. Äh, rechts, oder? Schließ'n Weg. Okay, jetzt reicht's. Du, du Wexer. Du Wexer. Du Wexer. Du Wexer. Headshot. Komm, du brauchst gar nicht rennen. Da hinten ist noch einer. Meiner. Ihr Arschlich, Alter. Das war ich. Von hinten, Alter. Richtig schön aufm Koppelziel. Ja, mir hat einer gefehlt. Ja, ja. Das war ich. Ich war hinter dir. Herzlichen Glückwunsch. Die Glückwunsch ist unser. Jetzt mach mal einen neuen Raum auf. Äh. Oh, ich hab ne Kappe. Äh, ne, warte mal. Krieg ich das jetzt, oder? Stumm. Scheiße. Das ist genau. Wieso? Ich krieg das Ding eigentlich. Äh, das hab ich jetzt auch noch nicht rausgefunden. Wie kann man ja hier einladen? Ich muss mir jetzt das mal anziehen, glaub ich. Wo bist du denn? Handsch Bhagfil. Ach so, Freunde. Da muss ich eine hin den Hanna gucken mal an. Ich war grad am Klamotten anziehen. Das macht nichts. Das hat leider keinen Effekt. Ja, trotz nicht. Wir anhören. Aber sie verschwinden auch wieder. Von daher... Amazing... Essen wieder. Ich würde sagen, wir machen gleich mal weiter.